Odox Odox Baufhut 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 ist wichtig Baufhut ist wichtig Ja man, 5 Dips hier Mach mal einen Kayacha, Leute Schatzverfahren Danke Ist ein Drill jetzt geschrieben? Jaja Gleich kommt Doge Kann man zwei Dude nicht einfach stehen bleiben Passiert Volltypen stacken Randa und Solon Und dann Bossrand Bisschen weiter vor, bitte Sphäre ist next Alter Pass das mit der Sphäre auf Darum Habe ich schon gehört, Züge Direkt in den Post Oh Ui Irgendwie kommt mir das so vor wie bei Kaiser Nächste 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 ist der 4 Bei dem Chessotyp müsst ihr beim Tank rein Hilfe, Hilfe, Vergewaltigung Hier bei mir die auch Oh ich Du stehst halt am Arsch der Welt Habt gar kein 4 bekommen Okay Bewegt euch nicht zu viel, bitte Bewegt euch nicht zu viel Hast du bereit? Ich dachte du wärst äh Litto Ich muss ein bisschen näher an dem anderen Bosshorn Weil wir sind so die Geger mehr auseinander Jetzt hab ich mal Zeit zu heilen Nächste ist wieder Shadowstack Jetzt Dann müsst ihr gleich auch gemeinsam Doge Ranges bitte an dem Bosshorn Was ist das so? Ach warum ich? Dodge nach links Ah Hätte verdichtend stehen bleiben Hat funktioniert Aber das kannst du als Camp dodgen Das ist alles egal Ja ich wurd grad zurückgezogen Was war das denn? Das ist wenn die Void-Leute triggern Shadowscar No Ja Wenn von Void-Touch die man Shadow-Damage kriegt Äh Feuer Ah ok das ist das Problem Wenn du stackst Wenn du stackst Und dann jemand gestunnt wird Dann kriegt der das Feuerteil auf jeden Fall ab Und dann triggert Triggert der wahrscheinlich ne? Sonst zieht der den anderen da wieder rein zurück Sorry aber kannst du mir sagen was du willst Ist absolut dumm Der Boss ist richtig dumm, Alter Was halt ein bisschen wicked ist Dass du halt einfach Abilities vom anderen Element abbekommen kannst Also ich weiß ja wahrscheinlich war das interne Test Das den die Blizzard wieder zugute Das ist eigentlich viel zu hot Das ist eigentlich sehr schön